Er steht wieder auf dem Programm, der deutsche Klassiko. Dortmund gegen Bayern, dieses Duell elektrisiert ganz Fußball-Deutschland. Topspiel am 19. November im Dortmunder Signal Iduna Park. Und für beide Teams ist es nicht nur ein Prestigeduell, nein, für beide Teams steht eine Menge auf dem Spiel. Die Bayern derzeit Tabellenführer, punktgleich mit RB Leipzig. Bei einem Punktverlust in Dortmund droht dem deutschen Rekordmeister der Sturz von der Tabellenspitze. Dort steht der FC Bayern seit dem 22.09.2015 und diesen Platz an der Sonne wollen sie nicht hergeben. Zudem können sie mit einem Sieg den Abstand auf Borussia Dortmund bis auf neun Punkte vergrößern. Dortmund abschütteln, das ist und muss das Ziel der Bayern sein. Noch nicht nur für die Bayern ist das Spiel richtungsweisend. Auch für den BVB ist das Duell von enormer Bedeutung. Eine Niederlage gegen den FCB und Dortmund spielt im Titelrennen so schnell erstmal keine Rolle mehr. Doch gelingt den Gelben ein Sieg, dann sind sie wieder voll im Geschäft. Dann beträgt der Rückstand auf die Roten nur noch drei Punkte. Der Fünfte gegen den Ersten, Dortmund gegen Bayern. In jeder Hinsicht das Topspiel des elften Spieltages. Untertitelung des ZDF für funk, 2017